Auf dem Lenovo-Stand der IFA konnten wir Medeons neues Ultrabook ausprobieren. Vom Formfaktor und Gewicht ähnelt es dem MacBook Pro 13 Retina sehr und nicht nur da. Das Display im 13-Zoll-Format löst mit 1920x1080 Pixeln auf, ist aber matt und spiegelt kaum. Selbst auf dem stark beleuchteten Messestand konnten wir Bildschirminhalte perfekt erkennen. Ähnlich gut ist auch die beleuchtete Tastatur. Sie hat ein sehr angenehmes Tippgefühl, wir können uns gut vorstellen auch längere Texte auf ihr zu schreiben. Als Prozessor dient ein Skylake Core i5 von Intel. Außerdem besitzt das Notebook einen USB-Typ-C-Anschluss. Leider ohne Thunderbolt 3-Unterstützung.